Wir demonstrieren hier heute gegen die GEMA, das heißt eigentlich gegen die DEMA Tarifreform 2013, die wegen ihrer Erhöhungen um 50 Prozent nach fünf Stunden, weiteren 50 Prozent nach drei Stunden und im Laptop-Zuschlag tatsächlich ruinös sich auf die Wirtschaftlichkeit von Clubsbetrieben auswirken wird. Wollen wir mit der Verwaltung ins Gespräch kommen? Deshalb ist es wichtig, dass hier alles spätestens, sympathisch und nett abgeht. Danke! Wir zahlen im Moment 10.000 Euro Flat im Jahr. Das ist seit zehn Jahren, seit zehn Jahren gibt es uns und nach der neuen Tarifreform sollen wir im nächsten Jahr, ich habe es mal selber ausgerechnet, es sind Schätzungen, circa 200.000 bezahlen. 200.000, die dann in den Dieter Bohlen-Top fallen, hallo, geht's noch? Nicht mit uns! Das Geld, was die GEMA jetzt fordert nach dieser Erhöhung ist einfach dermaßen viel, dass das Jahr am Schließen wird. Zum Beispiel, dass Berghain sagt auch, wenn sie diese Erhöhung durchdrücken, wird das Berghain Ende dieses Jahres schließen. Es gibt viele große Clubs, denen es genau so geht und die auch schließen werden, wenn das durchgedrückt wird. Und das ist ein absoluter Diebstahl an Kultur, den diese Leute hier betreiben. Auf jeden Fall ist es schon mal richtig, was wir heute hier machen, eine breite Presse und öffentliche Arbeit zu erreichen und da haben wir schon mal am Anfang hier gesetzt. Wir fordern eine Rücknahme der GEMA Tarifreform, wir fordern ein Gespräch auf Augenhöhe und wir fordern Transparenz. Wir fordern, dass die Urheber in der Clubmusik auch von dem profitieren, was erspielt wird aus der Szene und solange die GEMA hier mit anachronistischen Methoden arbeitet, werden wir nicht weiterkommen. Sie muss sich reformieren und das fängt vor allem mit Transparenz an. bis zum nächsten Mal, 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 bis